Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit letzter Schluss. Dieses Mal schauen wir uns die Virtualisierungs- bzw. Containerisierungslösungen Incos und Proxmox an und entdecken wahrscheinlich viele Gemeinsamkeiten und natürlich auch Unterschiede. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Erstmal grundsätzlich dazu, wie ich das Ganze so ein bisschen aufgebaut habe. Also ich habe Proxmox 8.1 und Incos 0.6, beides läuft unter Debian 12, auf VirtualBox installiert bzw. in virtuellen Maschinen und davon hat jede VM vier CPUs zugeteilt gekriegt, 4 GB RAM und eine 25 GB große Platte. Dann ist jede VM über eine Netzwerkbrücke mit meinem internen Netzwerk hier verbunden, sodass ich darauf zugreifen kann, auf die Web-Oberfläche. Und wichtig dabei ist, dass hier nested VTX bzw. AMDV und nested Paging aktiviert sind in VirtualBox, damit eine Virtualisierung in der Virtualisierung richtig funktioniert. Wir haben zwar weiterhin Verluste, was die Geschwindigkeit angeht und so weiter und so fort, aber da beide dasselbe zur Verfügung haben, denke ich mal, ist das kein Nachteil und für die Sachen, die ich zeigen werde, ist es sowieso schnell genug. Wenn jetzt unter VirtualBox in der Oberfläche diese Punkte hier nested VTX bzw. AMDV ausgegraut sein sollten, also ihr könnt die nicht aktivieren über die Oberfläche, dann kann man die über die Kommandozeile höchstwahrscheinlich doch noch aktivieren. Ich weiß nicht, warum das so ist, wahrscheinlich irgendwie ein Bug in der Oberfläche, denn nachdem ich das über so eine Kommandozeile hier über das V-Box Manage, das ist dieses Konfigurationsprogramm von VirtualBox auf der Kommandozeile gemacht habe, mit ModifyVM, also Modifizieren einer vordefinierten virtuellen Maschine, die schon da ist, die in meinem Fall Proxmox 8.1 heißt, kann ich das anschalten und dann ist der Schalter in der Oberfläche nicht mehr ausgegraut, sondern der ist auch da und ich kann ihn an- und ausmachen. Keine Ahnung, warum das so ist, aber so kriegt man es aktiviert, wenn es nicht gehen sollte. Dann noch so ein paar grundlegende Informationen zu Inkus und Proxmox. Ja, die lösen grundlegend ähnliche Probleme. Also sie bringen Virtualisierung mit KVM bzw. Containerisierung mit LXC auf einen Server drauf, den man über eine Web-Oberfläche steuern kann und dort legt man über die Web-Oberfläche neue Container an, bzw. virtuelle Maschinen. Dann installiert man in den virtuellen Maschinen Betriebssystemen über ein ISO oder sonst über PXE, was weiß ich, irgendwas anderes und kann die dann nutzen und man kann dann da auf den virtuellen Monitor drauf gucken, über die Web-Oberfläche und vieles einstellen. Ähnlich ist auch LXC, ist eine Containerlösung, ähnlich wie Docker oder Podman, wobei diese Container nicht darauf ausgelegt sind, dass sie zerstört werden, wenn man sie nicht mehr braucht, sondern die werden eher so benutzt wie eine virtuelle Maschine. Also man lässt da drin auch Updates laufen und verwendet das wie eine virtuelle Maschine letztendlich. Also man schmeißt sie nicht nach Gebrauch weg und zieht die dann wieder neu hoch, sondern man lässt die vom Hochziehen bis zum wirklich nicht mehr Brauchen durchlaufen, macht Updates damit, fährt die hoch und runter, aber man schmeißt den Inhalt nicht weg. Beide Lösungen laufen aktuell unter einem Debian 12. Bei Inkos hätte ich jetzt noch die Möglichkeit, mir das ein bisschen weiter auszusuchen, denn Inkos installiere ich, nachdem ich ein Betriebssystem bzw. die Distribution schon installiert habe und dann packe ich Inkos als Paketliste obendrauf und dann werden da Pakete installiert, werden konfiguriert, gemacht und getan und so weiter. Und bei Proxmox ist es üblicherweise so, dass man diese Distribution, die sie auf Debian 12 Basis gebaut haben, so installiert. Man kann allerdings Proxmox auch auf einem bestehenden Debian 12 installieren. Wahrscheinlich geht auch noch Debian 11, aber Debian 12 sollte man wohl nehmen. Und ja, aber bei Inkos hat man eine größere Bandbreite an Distribution, die man als Host-System verwenden kann. Das Ganze haben wir uns schon mal ein bisschen angeguckt, beziehungsweise Micha aka Saint of Sinner und ich haben uns das Ganze in einem Livestream mal angeguckt. Beziehungsweise wir haben nur Inkos angeguckt, Proxmox haben wir in anderen Streams auch schon mal zusammen gemacht. Und ich war davon relativ begeistert. Das war eigentlich so ein Dings, was ich gesehen hatte, irgendwie auf einer Newsseite, vielleicht was Linux News oder so. Und dann, naja, gucken wir uns das mal an. Ich wusste vorher nicht wirklich, was mich da erwartet. Und ich wollte mir das auch nicht vorher so angucken. Ich lasse mich gerne überraschen bei solchen Sachen. Das mache ich halt lieber, als wenn ich das komplett vorgearbeitet habe, wo ich es hier mit vielen Folien mache. Und hinterher war ich eigentlich begeistert, wie gut Inkos schon funktioniert. Und dachte mir, naja, also das ist schon so ein kleiner Rivale von Proxmox. Und ja, also das meiste, was ich in Proxmox so gesehen habe, das findet sich dort auch wieder. Darum jetzt das Ganze nochmal als so ein Video hier, wobei ich noch ein bisschen was drüber erzähle. Und dann vergleiche ich das mal so ein bisschen. Ich habe da nicht so einen Plan mehr zurechtgelegt. Das und das will ich jetzt unbedingt zeigen und ich habe alles durchprobiert. Von daher ist es auch noch so ein bisschen überraschend dabei. Jedenfalls für mich. Das macht zwar nachher mehr Arbeit, um das Ganze zu schneiden, aber ist irgendwie witziger beim Aufnehmen. Für mich jedenfalls. Gut, so viel dazu. Dann noch eine kleine Zusammenfassung von der Installation. Unter dem Debian 12 ist das Inkos-Paket noch nicht drin. Also in 12 wird es wahrscheinlich auch so nicht mehr drin. Nein, es ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, dass die das noch hinzufügen. Vielleicht kommt es irgendwann noch über Backports dazu, aber ins normale Debian 12 kommt es nicht rein. Bei dem kommenden Debian 13 Trixi wird es wahrscheinlich mit dabei sein. Unter Experimental, dem experimentierfreudigen, absturzfreudigen Teil von Debian, ist es glaube ich schon drin und auch bei Unstable. Ich glaube, soweit ist der aktuelle Status. Wenn wir jetzt aber ein stabiles Debian 12 benutzen möchten als Basis für Inkos, gibt es dafür dieses Zeppli-Repo und das muss man noch einbinden. Also Signaturschlüssel importieren, Paket-Qualenliste hinzufügen und danach kann man es installieren. Informationen zu diesem Zeppli-Repo gibt es dort und Installationsdokumentationen gibt es auch nochmal, wie man das Ganze installiert und macht. Das haben wir ausführlicher in dem Livestream gehabt, von daher wiederhole ich das hier jetzt auch nicht. Danach können wir Inkos installieren. Also erstmal holen wir uns die aktuellen Paketinformationen vom Server, also von diesem Zeppli-Server, wo die Pakete drauf sind und auch Informationen über die aktuellen Debian 12 Pakete, die es vom Debian-Projekt gibt. Und dann installieren wir die ganzen Pakete. Inkos ist dieses Hauptpaket. Dann brauchen wir auch noch, damit wir KVM benutzen können, das Paket hier. Man kann es auch ohne das installieren, dann funktioniert allerdings KVM auch in Inkos nicht. Ist ja irgendwie klar. Und dann gibt es noch die Web-Oberfläche, die heißt So. Danach würde ich jetzt einen Neustart machen, denn Inkos legt eine Netzwerkbrücke zusätzlich an. Ich glaube, das ist wirklich der Zeitpunkt, wo man das machen kann, nach der Paketinstallation und nicht erst nach der Konfiguration, die ein bisschen später herkommt. Also wenn ihr keine Netzwerkbrücke haben solltet, macht einfach nochmal einen Neustart nach der Konfiguration. Dann hatte ich auf meinem Debian 12 kein NTP-Client. Ich hatte das Ganze schon mal vorbereitet, dann ein paar Wochen liegen gelassen. Und dann habe ich die VM, wo ich das drin habe, das Inkos mit dem Debian 12 wieder hochgefahren. Und dann hatte ich dort keine aktuelle Zeit. Das kann man immer ganz gut daran sehen, dass hier apt-get-update sagt, da stimmt was mit der Zeit nicht. Die Zertifikate sind nicht gültig. Ich kann damit jetzt nichts machen. Ich vertraue der Paketquelle nicht. Und dann habe ich geguckt. Es fehlte Systemd, TimeSyncd. Das ist ein NTP-Client. Und den habe ich so installiert bzw. aktiviert. Also, falls ihr auch so ein Problem haben solltet, keine aktuelle Systemzeit, dann hier rüber aktivieren. Und NTP sorgt dann dafür, dass von einem Zeitserver die aktuelle Zeit auf das eigene System rübergeholt wird. Und dann wird die Zeit im eigenen System eingestellt. Ganz automatisch und das auch sehr akkurat. Wenn wir jetzt Incus über die Kommandozeile verwenden möchten, dann gibt es zwei grundlegende Kategorien von Benutzern. Einmal Incus, das ist die Benutzergruppe, die grundlegenden Zugriff auf Incus hat, aber keine Administrationsrechte hat. Und dann gibt es Incus-Admin für administrative Tätigkeiten. Hierfür werden die normalen Linux-Benutzeraccounts genutzt, die schon auf dem System drauf sind oder die ihr anlegt. Und das hier ist eine Systemgruppe und das hier ist auch eine Systemgruppe. Wenn ihr das jetzt so verwenden möchtet, müsst ihr erst mal diese Gruppe anlegen, Incus-Admin, und dann fügt ihr euren Benutzer oder irgendeinen Benutzer zu der Incus-Admin-Gruppe hinzu beziehungsweise zur Incus-Gruppe, falls dann nur die grundlegenden Zugriffsrechte gewährt werden sollen. Danach wieder abmelden, also von Root wieder zum normalen Benutzer zurückfallen, wenn ihr euch vorher mit Sudro zu gut gemacht habt. Und dann nochmal abmelden, damit ihr die Shell einmal schließt und dann meldet ihr euch neu an, damit diese Gruppenzugehörigkeiten auch wirklich wirken. Denn die gelten nicht sofort, also in einer bereits eingeloggten Shell, seid ihr nicht auf einmal in der Gruppe Incus drin oder in der anderen. Also ihr müsst euch einmal abmelden und wieder anmelden. Jetzt müssen wir noch die einzelnen Incus-Komponenten einrichten. Das machen wir mit einem Incus-Admin-Init. Das machen wir mit Root-Rechten. Und dann werden verschiedene Parameter abgefragt. Diese beiden Parameter hier, die sind unbedingt wichtig, sonst hat man die Web-Oberfläche nicht. Bei den anderen Informationen kommt es darauf an, was man denn möchte. Ob man jetzt hier eine spezielle IPv4-Adresse nutzen möchte. Ob man eine Netzwerkbrücke haben möchte. Ja, möchte man eigentlich. Und ja, also der Speicherort, wo die Wörter in Maschinen und auch die Container abgelegt werden, sollte man auch anlegen lassen. Also in den meisten Fällen einfach das nehmen, was schon vorgeschlagen wird. Und wichtig ist, dass das hier und das hier aktiv ist. Und beim Rest kommt es darauf an, was ihr vorhabt. Am Ende könnt ihr auch noch hier angeben, dass ihr die Konfiguration, beziehungsweise das, was ihr jetzt so ausgewählt habt, interaktiv, nochmal ausgeben möchtet als YAML-Datei. Und diese YAML-Datei, beziehungsweise ist ja noch keine Datei, das wird direkt ausgegeben auf dem Bildschirm, das könnt ihr nehmen, um weitere Incus-Instanzen hochzuziehen. Mit diesen Parametern und das im Textformat vorliegt, könnt ihr natürlich auch Anpassungen daran machen, wenn ihr jetzt viele Incus-Systeme damit installieren möchtet. Könnt ihr es darüber machen. Noch mehr Informationen zu dem Ganzen gibt es dort, zur nicht-interaktiven Konfiguration, wie ihr das macht. Und wenn das alles funktioniert hat, dann können wir im Browser unter HTTPS, das ist wichtig, denn es gibt keine automatisierte Weiterleitung vom Port 80 auf den 8443, da gibt es eine Fehlermeldung. Also HTTPS ist wichtig, dann die IP-Adresse, vielleicht habt ihr auch ein DNS zu Hause, dass es denn einen richtigen Hostnamen gibt, dafür aber normalerweise die IP-Adresse, Doppelpunkt 8443 und dann, wenn ihr es komplett ausschreiben möchtet, schrägstrich UI, schrägstrich Login oder ihr lasst das am Ende weg, dann landet ihr auf der Web-Oberfläche. Dann nochmal zu Proxmox, das installiert sich üblicherweise relativ einfach. Ich habe dazu auch, ja, schon mehrere Videos, glaube ich, gemacht, wie das funktioniert. ISO reinschmeißen, dann, ja, auf einem System installieren, entweder in einer virtuellen Maschine, was ich in mehreren Videos schon mal gezeigt habe, was man für Produktivsysteme natürlich nicht machen sollte. Dort sollte man es nativ direkt auf der Hardware installieren. Ja, das ist so weit so bekannt, würde ich jetzt mal sagen. Und, ja, Proxmox nervt so ein bisschen rum. Also es möchte natürlich gerne ein Abo verkaufen, ist auch vollkommen legitim. Die Firma muss von was leben und die machen einen sehr guten Job dabei. Und von daher unterstützt die Bitte, wenn ihr jetzt, entweder nicht so viel Geld haben solltet oder es bloß kurz mal ausprobiert und sowieso nicht weiterverwenden möchtet, dann gibt es die Möglichkeit, auch Proxmox umzustellen auf kostenlose Paketquellen. Dann seid ihr so ein bisschen, ja, sagen wir mal, Beta-Tester. Also ist mir so noch nicht vorgekommen, dass es irgendwie instabil gewesen wäre oder es was kaputt gegangen ist. Aber diese Pakete, die ihr kostenlos bekommt, die sind nicht garantiert stabil, im Gegensatz zu denen, die ihr mit so einem Abo bekommt. Die könnt ihr einfach umstellen mit diesem Befehl von meiner Skript-Bibliothek, die es hier gibt, in der verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten für alles Mögliche, für das Einstellen von Let's Encrypt bei Apache, für das Hochziehen von einem Mail-Server, DKIM-Installation, was weiß ich. Also es ist schon eine relativ umfangreiche Skript-Bibliothek mit Konfigurationsfunktionen und eine davon ist eben Proxmox auf kostenlose Paketquellen umstellen. Da wird was an der Paketquellenliste umgetragen und dann habt ihr hinterher diese kostenlosen Paketquellen, die vielleicht nicht so hundertprozentig stabil sind. Und was auch noch ein bisschen nerven kann, ist so eine Proxmox-Abo-Meldung. Jedes Mal, wenn ihr euch auf der Web-Oberfläche neu anmeldet, dann steht da irgendwas, ihr habt keine Subscription, ist so ein bisschen nervig, die kriegt man über das Ding jetzt auch noch weg. Ja, gut, irgendwann weiß man es halt, dass man das nicht hat, aber man hat dann auch Gründe dafür. Danach einmal das ganze System aktualisieren, also damit einmal die Informationen über neue Pakete aus dem Internet runterladen, was denn die kostenlosen Pakete für Proxmox beinhaltet und das Debian 12, das drunter liegt. Ja, und damit installieren wir denn die ganzen Aktualisierungen. Danach nochmal einen Neustart machen, dass auch der Kernel aktualisiert wurde und ja, dann haben wir ein aktuelles System. Dann öffnen wir im Browser diese Seite hier. Bei euch ist es wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich eine andere IP-Adresse, aber wiederum HTTPS und am Ende die 8006. Das hier ist jetzt erstmal die Oberfläche von Proxmox 814 sogar schon, wenn man sich angemeldet hat. Und das ist jetzt hier die Inkus-Oberfläche, wenn ich mich dort angemeldet habe. Damit wir das so ein bisschen gleich machen, dass es auf beiden so wirklich vergleichbar ist, habe ich jetzt erstmal vor, ich werde ein Debian 12 ISO beziehungsweise mein spezielles M23 ISO zum Installieren von M23-Servern da reinschmeißen, was auf Debian 12 basiert. Da muss ich einmal gucken. Also Storage, Custom ISO und hier kann ich sagen Upload, Custom ISO. Also ein von mir gewähltes ISO hochladen, was ich unter Temp geschmissen habe. Gut, dass ich mich daran erinnere. Und jetzt wähle ich das aus und lade das dort hoch auf meinen Inkus-Server. So, jetzt habe ich das ISO schon mal auf dem Inkus-Server drauf und jetzt springe ich einmal rüber zu Proxmox. Da muss ich dahin. Local PM, also es hat verschiedene Speicherorte, wobei Local Proxmox im Gegensatz zu dem Local LVM Proxmox, dafür da ist, dass ich dort die ISOs hintue und dort kommen die virtuellen Maschinen drauf beziehungsweise die Dateien, die die virtuellen Festplatten beinhalten und auch die Container. Also ISOs kann ich bloß dorthin schmeißen und gibt es das auch bloß da. ISO Images da einmal drauf und hochladen und Datei auswählen. Dasselbe noch mal hier auswählen und hochladen. Damit haben wir das auch. Oben auf beiden Virtualisierungsplattformen haben wir jetzt das Debian 12 VM 23 ISO drauf. Dann springen wir wieder zurück zu dem Inkus und jetzt möchte ich gerne eine neue Instanz anlegen. Also Instanz sind sowohl virtuelle Maschinen mit KVM als auch Container mit LXC. Also Create Instance und dann gebe ich hier natürlich irgendeinen tollen Namen ein. Debian 12. Eine Beschreibung brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und Browse Images glaube ich. Ach ne. Images sind LXC Container und Use Custom ISO. Da muss ich dann Select. Ach da hätte ich da auch nochmal hochladen können. Also viele Dinge sind bei Inkus an mehreren Stellen. Also man kommt mit verschiedenen Wegen zum selben Ergebnis. Ist so ein bisschen verwirrend noch für mich. Ich stecke da nicht so wirklich drin. Ich habe mir das in dem Livestream einmal angeguckt oder vielmehr wir haben uns das so zusammen angeguckt und ich habe da viel rumgeklickt und ausprobiert. Also es funktioniert alles ganz gut. Bloß ich stecke da noch nicht drin. So dann haben wir hier bei Advanced also unter Erweiterte Einstellmöglichkeiten Disk Devices wo das Ganze angelegt wird. Und man könnte hier jetzt noch sagen, dass man kann ich hier sagen Override also ich probiere das aus. Also das haben wir noch nicht gehabt und selbst Dinge, die wir im Livestream gehabt haben die sind mir jetzt nicht mehr unbedingt präsent. Also mal gucken. Create Override. Ah okay. Jetzt könnte ich hier sagen ich möchte eine Größe angeben. wie groß die virtuelle Festplatte ist. Ich habe hier insgesamt 25 GB in dieser Virtualisierung drin. Da geht natürlich ein Teil weg für Debian die Pakete die schon installiert sind Inkos und Co. Jetzt sage ich einfach mal 10. So und wenn ich da weitergehe ist das okay gut also das noch nicht bestätigen das bleibt offen nicht drin bis ich gleich Create sage dann Network Devices genau die Netzwerkbrücke die wir haben die auf das echte ETH 0 rausgeht und kann hier noch limitieren wie viel RAM ich zuweisen möchte dort möchte ich vielleicht noch mal zwei CPUs Number und Fixed Total Number of Cores genau denn wenn ich jetzt noch mal das wegnehme Commas Core Numbers also da könnte ich jetzt sagen ich möchte den CPU Kern 0 und 3 haben aber nicht die 1 und 2 wenn ich ja okay also vielleicht wenn man jetzt so eine CPU hat die sowohl schnelle Kerne hat die mehr Strom verbrauchen als auch langsamere Kerne die ja weniger Strom verbrauchen dann könnte man jetzt sagen naja gut ich nehme mir jetzt die zwei schnellen daraus und die anderen lasse ich liegen vielleicht für sowas aber ansonsten würde ich hier die Anzahl von Kernen nehmen dann nehme ich dann mal zwei und Memory da sage ich jetzt absolut achso absolut oder ein Prozentwert so dann möchte ich jetzt mal 50 Prozent und Prozentzeichen nicht ja Swap nur für Container will ich nicht Priority wie auch immer Security Protect Deletion No Privilegiert nur für Container achso ja genau also das ist LXC da drunter und zur LXC habe ich schon mein Video gemacht wo ich das so ein bisschen vorgestellt habe wie das funktioniert auch mit den Nummern von Benutzergruppen und Benutzern damit ja sich die nicht ins Gehege kommen und es gibt so einen Root-Modus dafür dass das quasi eins zu eins ist und was der Container denn macht das kann dann gefährlich sein also von daher möchte man das nicht privilegiert laufen lassen dann hat es nach außen hin zum Host-System hin andere Benutzer Nummern und Gruppen-Nummern als das richtige System und da drinnen sind es wieder die normalen Nummern also Root hat denn die was hat Root denn ist das die eins die eins oder die null müsste ich gucken ist aber auch egal dafür und die normalen Benutzer fangen so ab tausend an ja guckt euch noch mal das Video an wenn euch das interessiert genauso mit diesen mit den Mappings hier und so weiter und so fort okay wenn man jetzt innerhalb von einem Container auf das Incus Gerät zugreifen möchte das ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei Docker wo es auch Container gibt die dieses Docker Device durchgeschleift kriegen damit die Docker administrieren können das ist bei Watchtower heißt das glaube ich so ein Container der dafür sorgt dass andere Container immer aktuell bleiben und dafür braucht es diesen administrativen Zugang über dieses Device dann haben wir noch irgendwie was mit API und Images verfügbar machen was auch immer und Secure Boot was nur in virtuellen Maschinen funktioniert dann Snapshots also da kann man jetzt angeben wie diese Snapshots durchbenannt werden sollen die würden dann Snap und dann das Datum Uhrzeit am heißen und ob die verfallen sollen ob so eine Instanz runtergefahren wird um ein Snapshot zu machen und man könnte hier jetzt auch sagen man möchte das Ganze automatisieren mal gucken was gibt es da drunter Cron Syntax okay cool stimmt das hatten wir auch im Livestream aber nicht ich glaube nicht an dieser Stelle das gibt es auch nochmal woanders da kann man dann sagen naja ich möchte jetzt jeden Mittwoch um 13 Uhr diese Instanz also die virtuelle Maschine oder meinen Container einmal Snapshot also eine Sicherheitskopie davon machen vom aktuellen Zustand das könnte man über die Syntax machen oder Achso okay gut und da kann ich jetzt sagen jede Minute einmal eine Stunde täglich einmal in der Woche monatlich einmal das finde ich eine ganz coole Sache aber es möchte ich eigentlich nicht so Cloud Init da könnte man jetzt Konfiguration noch mitgeben um so eine virtuelle Maschine automatisch zu installieren oder wahrscheinlich auch so ein Container automatisch zu installieren und dann haben wir nochmal YAML wie das Ganze aussieht da haben wir mehr oder weniger die Zusammenfassung von dem was ich jetzt hier angeklickt habe und eingetragen habe wie das Ganze heißt dass es eine virtuelle Maschine ist sonst würde wahrscheinlich stehen LXC oder Container keine Ahnung und ja dass ISO was verwendet werden soll wie groß die Platte sein soll wie viele CPUs wie viel RAM benutzt werden soll und so weiter und so fort so create und dann habe ich hier unten noch so ein Infobereich der mich irgendwie versucht aufmerksam zu machen auf irgendwelche Dinge ja also die Erstellung wurde gestartet darum springen wir jetzt nochmal rüber zu Proxmox und versuchen genau dasselbe nachzubauen also das ist ein bisschen anders da haben wir oben hier erstelle vm also eine virtuelle maschine kvm oder erstelle ct container lxc also damit es gleich ist erstelle vm dann hätte ich gerne auch debian 12 ok gut keine leerzeichen dann möchte ich als ISO wiederum mein ISO nehmen was ich habe dann system standard einstellen da wollte ich jetzt ein bisschen word io das ist gut also wenn jetzt steht word io dann ist das performanter als wenn jetzt hier so ein standard controller genommen wird also sowas wie das da das da oder ja genau also das sind optimierte geräte virtuelle geräte die für virtuelle maschinen optimiert sind also dass die damit gut zusammenspielen und dann soll das ein bisschen besser funktionieren lassen wir auch so lassen wir so disk da kann man jetzt hier sehr gut damit es gleich ist 10 vorwärts kerne 2 speicher nimmt er schon hier die hälfte von dem verfügbaren also 2048 ich hoffe mal dass inkos das auch so macht also das ist nicht die hälfte vom verfügbar obwohl das wäre immer eine momentaufnahme also von daher müsste es auf selbe hinaus kommen 4 gigabyte hat der proxmox server und der inkos server also von daher wäre 50 prozent ja genau hier die 2 gigabyte dann genau auch wieder virtualisiert netzwerkbrücke heißt hier anders vorwärts und abschließen so dann haben wir hier die da die neu virtuelle maschine ist noch aus mal gucken was inkos macht so neu versuch und gestartet und ok ok gut also das funktioniert jetzt und es lüftet auch start install ja gut ist jetzt natürlich langsamer als normal genau und da ist mein debian 12 m23 iso so dann hätte ich gerne hätte ich gerne hätte ich gerne was da da so ok also die maus und das wo es klickt ist nicht an derselben stelle so war ich da enter ja und näher bei der bildschirm auflösung die ich habe damit das alles mit dem layout zusammen passt da ich kann ja noch hier einen tick höhe gewinnen so jetzt passt es auch drauf ja so gucken passt das naja also maus und also die die angezeigte maus und die maus die es wirklich hat sind leider verschoben was wir hier fullscreen machen vielleicht wird es dann ein tick besser vielleicht so 1 2 3 24 und im testen jetzt wirkt die 5 genauso wie da auch ja also es dauert ein bisschen aber das ist auch vollkommen okay also das ist ja nicht wie man das machen soll eine virtualisierung in der virtualisierung nicht verwenden von daher ist es alles langsamer und alles ist schlechter weiter weiter also das funktioniert denn schon mal so weit genau bitte partitionieren genau Basisystem okay also das funktioniert bei incos also mit meinem setup hier das ist suboptimal solltet ihr natürlich nicht so machen das klappt also bis auf hier diese rotierenden dinger die nicht so wirklich vertrauenserweckend sind klappt das schon soll jetzt einmal box mox mal gucken ob es jetzt klappt so es lag auch wirklich am ram also 4 gigabyte ram für so ein virtualisierungs host war hier zu wenig also man braucht wirklich 8 gigabyte damit eine 2 gigabyte vor allem da drin funktioniert okay gut auch was was in der praxis eher nicht so häufig vorkommt denn ein virtualisierungs server hat ja normalerweise richtig viel ram und viele kerne okay also hier waren wir schon mal sah bloß anders aus und hier funktioniert auch die maus also die kleine maus also kleine mauszeiger das ist der innerhalb von der virtuellen maschine und der große ist der von meinem linux mint außen drum und da funktioniert es auch continue auch dass das ganze jetzt in proxmark schneller läuft ich würde das jetzt nicht überbewerten von der technologie dem kvm darunter ist es quasi identisch und naja wie gesagt meine konfiguration zum testen hier ist suboptimal so soll man das nicht machen ich habe jetzt beide virtuelle maschinen mal abgebrochen weil also die virtualbox die ist jetzt mehrfach drumherum abgestürzt also ja die mag das im moment gar nicht das hat schon mal deutlich besser funktioniert warum auch immer das jetzt so ist von daher würde ich jetzt erst mal sagen das funktioniert prinzipiell auf richtiger Hardware läuft das auch bloß in diesem Test Szenario nicht aber was wir dabei gesehen haben ist dass man unter proxmox und unter incus isos hochladen kann und man kann damit virtuelle maschinen hochziehen man kann ja ganz normal installieren wenn das jetzt nicht so wäre wie bei mir also das funktioniert prinzipiell darum würde ich jetzt als nächsten punkt einmal die container nehmen unter proxmox müssen wir auch noch irgendwo wieder ein template genau also wieder an derselben stelle local pm und nicht container templates nehmen dann möchte ich mir was aussuchen das ist jetzt die liste die es bei proxmox 814 so gibt die ist relativ kurz also die lxc liste die es sonst so gibt ist deutlich länger manchmal als vergleich hier instance ich und browse images und hier habe ich jetzt die liste erstmal mit allen achso ok hätte ich auf virtual ich hätte gar kein iso runterladen müssen ich hätte hier sogar vordefinierte virtuelle maschinen gekriegt aber wenn ich jetzt hier sage ich möchte nur container haben und ich möchte achso nur amd64 gibt es bloß also gibt gibt keine anderen dann kann ich hier nochmal sagen any cloud ok was ich haben möchte mal gucken was habe ich beim anderen hier auch gleich ja so ein ubuntu 2204 das müsste ich hier doch auch haben und und das ist 2204 default so select das hätte ich gerne und hier hätte ich das auch gerne also bei inkos ist das ein schritt also auswählen das wird dann wohl im hintergrund runtergeladen wenn ich es brauche ich kann hier noch wieder einschränken größe resource limit ich würde das hier jetzt nicht einschränken jetzt einfach mal create and start hier sehen wir jetzt mal also es wurde dieses image runtergeladen und ok jetzt haben wir hier auch den den container der läuft so ok so dann also unter proxbox ist das template auch runtergeladen und jetzt kann ich hier create knoten hostnamen lxc passwort vorwärts template 2004 disk ich sage hier jetzt mal 10 cpu 2 weil ich danach gefragt werde vorwärts speichern nö nö 2 0 4 8 dann haben wir hier 2 gigabyte und netzwerk ok gut das wäre ein unterschied ich möchte jetzt hier ich jetzt sage 12 16 8.1 182 24 das wäre denn quasi die darauf folgende ip-adresse von dem proxbox server so gateway vorwärts drehe ich mal ein bestätigen abschließen so ok gut das richtet auch ssh-schlüssel ein task ok gut sehr gut dann einmal da drauf und einmal starten und jetzt unter konsole habe ich denn mein ubuntu 220 04 root mein passwort also nein nein so jetzt bin ich auch drin apt update ja geht ok apt up gerade aber wir können uns ja mal hier merken 142 pakete können aktualisiert werden und bei incus running da drauf terminal da bin ich sofort eingeloggt und dasselbe spiel hier auch nochmal und ok also 22 044 wenn wir gleich mal gucken was das hier für eine version hat also bei incus ist das sofort aktualisiert so ok dann sind wir da auf dem selben stand also vorteil von proxmox würde ich sagen man kann mehr konfigurieren also ich kann hier auch eine ip adresse vergeben die auch in meinem netzwerk vorhanden ist und von außen darauf zugreifen wenn ich jetzt hier die shale von meinem dinox mint nehmen dann kann ich das direkt anpingen weil das wirklich in meinem lokalen netzwerk über diese bridge vorhanden ist wenn ich jetzt hier incus habe da hat er mir ein ach so ok konsole terminal ah ok terminal bin ich sofort root konsole das ist die na jetzt nochmal boah ah ok gut also es wieder auffrischen funktioniert nicht so hundertprozentig und ja da möchte ich einmal hin und hier habe ich irgendwie sowas damit kann ich ja nicht nach außen kommunizieren das steckt hinter so einem NAT würde ich mal sagen denn wäre ich jetzt hier also das dürfte denke ich nicht funktionieren nö genau also wenn ich das jetzt hier stopp kann ich da noch mehr einstellen Network Devices so Attached Network Device nehmen also die H0 ist ja schon richtig also ich probiere jetzt nochmal ob ich jetzt innerhalb von der virtuellen Maschine das umstellen kann und dafür hole ich mir if-config ich finde das immer noch irgendwie besser weil man es ist es ist besser lesbar und ja so ähm und 183 probiere ich mal so ok so und wenn ich jetzt versuche das zu pingen das geht nicht also ich hätte mich jetzt es hätte mich jetzt auch gewundert wenn das funktioniert hätte also ich sehe jetzt erstmal keine Möglichkeit wie ich unter Incos einem LXC Container eine andere IP Adresse geben kann die direkt über die Bridge funktioniert also ok irgendeine Lösung wird es bestimmt dafür geben ich weiß nicht ob man das vielleicht hier doch noch irgendwo über die grafische Oberfläche findet konfiguriert konfiguriert ja von einem zum nächsten so äh image source limits oder es gibt hier auch noch settings net ja ok gut ähm vielleicht kann man es auch über die Kommandozeile machen denn es gibt ja auch den Incos Kommandozeilen Client darüber kann man wahrscheinlich noch mal deutlich mehr machen als hier jetzt so ja also von daher würde ich sagen das war es auch erstmal wir haben gesehen man kann Container anlegen man kann virtuelle Maschinen anlegen man kann da drin was installieren beziehungsweise in den Containern ist ja schon was drin weil es von einem Template abgeleitet wird also da hat man so ein Basissystem und kann dann beliebige Software nachinstallieren Vorteil von Proxmox ist man kann die Container direkt ans Netz so äh durchgeben als ob damit sie sich so verhalten wie ein normales System bei Incos ist das erstmal so nicht möglich erstmal nicht kann sein dass es irgendwie geht aber ich sehe es so nicht dann was hatten wir noch ähm die Statusanzeigen bei Incos sind so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und ähm ja also einige Teile von Incos gefallen mir halt besser und von den Optionen her ist Proxmox deutlich überlegen also was es da noch alles gibt es gibt Firewall Replizierung äh und so weiter und so fort ähm das gibt es bei Incos wahrscheinlich noch nicht aber hier wenn man das ganze clustert also Incos kann man auch clustern dann kann es wahrscheinlich noch mal mehr die Einstellmöglichkeiten bei Proxmox mit dem Installieren oder mit dem Anlegen von Containern sind umfangreicher als bei Incos darum gibt es bei Incos diese war die ah ne falsch da äh da gibt es das Terminal wo ja wo man eine Rootshell hat da kann man denn diese Passwort for root festlegen und so weiter das fällt bei Proxmox quasi aus der Tüte über diese Dialoge also insgesamt ja also Incos ist schon mal sehr gut kommt an Proxmox aber noch nicht ran und ich würde sagen noch nicht da müssen wir mal schauen wie sich das ganze in Zukunft entwickelt ja das war es dann für diesmal ich hoffe es hat euch gefallen ihr habt wieder was dazu gelernt ich habe auch wieder was dazu gelernt Dinge die ja ich mir so wahrscheinlich nicht angeguckt hätte denn ich habe kein Projekt dazu was mich aber mal so interessiert hat also von daher habe ich mich da auch eher so durchgeklickt und mal geguckt was geht und was nicht geht mehr oder weniger so wie ihr das vielleicht machen würdet wenn ihr so ein neues Produkt mal so entdeckt ja genau ansonsten macht es nach probiert es gerne aus am besten nicht in einer Virtualisierung verwenden also das hat dieses mal nicht gut funktioniert also ein paar anderen Tests hat es besser funktioniert ich weiß nicht warum aber macht das so nicht nach also installiert es gerne direkt auf Blech wenn ihr es mal ausprobieren wollt und ihr irgendwie noch einen Rechner rumstehen habt der sonst bloß einstaubt dann natürlich abonnieren, Glocke drücken weitersagen und bis zum nächsten Mal und tschüss